Liebes Brautpaar, liebe Festgäste, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum großen Tag von Kathrin und Florian. Ihr traut es eurer Liebe zu, dass sie euch trägt bis in alle Ewigkeit. Ihr wollt heute gemeinsame Sachen machen, ihr wollt gemeinsam euer Leben verbringen. Und zu Anfang wollen wir nun gemeinsam das erste Lied singen. Hallo, mein Name ist Manuel Reisch, ich bin Hochzeitsredner. Mit euch zusammen würde ich gerne euren großen Tag gestalten. Wir treffen uns im Vorfeld und kreieren gemeinsam einen ganz persönlichen und individuellen Ablauf. Es ist eine religiöse oder nicht religiöse Hochzeitszeremonie möglich, je nach euren Wünschen und Ideen, die ihr mitbringt. Es sind auch Themen Hochzeiten durchaus machbar, auch die Location ist frei wählbar, ob klassisch Kirche oder irgendwo im freien Open Air in einem Schloss. Es ist alles möglich und wir klären es im Vorfeld zusammen, damit ihr den schönsten Tag eures Lebens habt. Ihr dürft euch gerne melden, guckt einfach mal rein bei meiner Homepage www.comtothecross.de oder bei www.meerreddeposs 3 1 1 1 1 3 3